Vorbemerkung von Germania Der folgende Artikel wurde von Möller van den Broek vor gut 100 Jahren geschrieben. Er beschwört darin das nach dem Ersten Weltkrieg verlorene gegangene deutsche Nationalgefühl sowie die Reichsidee, die nach den zahlreichen Gebietsabtrennungen, dem polnischen Korridor und nicht zuletzt durch den Versailler Vertrag der Alliierten lediglich als Mythos innerhalb der traumatisierten Bevölkerung, weiter lebte. Möller van den Broek versucht, den verlorenen geistesgeschichtlichen Traditionsfaden und das Selbstbewusstsein einer intakten Nation zu beschwören und den Zeitgenossen weder ins Bewusstsein zu rufen. Noch weiter weg als jenen Zeitgenossen im Jahre 1921 erscheint uns, 100 Jahre später, die einstigen Ideen einer stolzen deutschen Nation, die wie aus einer fernen, unwirklichen Zeit zu uns herüberwehen. Wir, die im Jahre 2022 nach Orientierung, Heimat und nationaler Verbundenheit suchen, wir, denen man das Deutschland über Jahrzehnte mit Selbsthass und Schuldkult auszutreiben versucht hat, Uns berühren die Worte van den Broeks zwar seltsam fremd, aber zugleich doch vertraut, denn sie erscheinen uns wie eine Wiederkehr alter, ungelöster Probleme, die das spätere Dritte Reich unter Hitler in Perversion, Inhumanität und Bestialität aufzulösen suchte und die heutzutage mit einer Demontage des Nationalstaats, dem faulen Identitätsersatz einer Bürokraten-EU oder mit einer masochistischen Selbstaufgabe und Selbstentheignung im Zeichen globalistischer, nicht gewählter Eliten, beantwortet werden. Stichwort, Great Reset oder große Transformation. Unter dem Begriff »Drittes Reich« verstand Möller van den Broek somit auch keine nationalsozialistische Diktatur, sondern vielmehr eine Versöhnung territorialer, gesellschaftskultureller und politischer Probleme mit dem Rückbezug auf das alte Preußen, nun im Zeichen einer zunehmend technisierten Arbeitswelt sowie im Zeichen einer allgemeingesellschaftlichen Modernisierung. Im Folgenden nun der Artikel Arthur Möller van den Broek, das gegründete Reich Artikel abgedruckt in Westfälische Neueste Nachrichten am 7. Januar 1921 Eine Form ist zerfallen, aber ein Bewusstsein ist geblieben. Wir haben Geschichte erlebt und sind daran gemahnt worden, dass das Unerwartete gänzlich unvorhergesehene, kaum für möglich gehaltene, je zur Wirklichkeit werden kann. Wir haben als Zeitgenossen gesehen, wie ein politisches Gebilde nicht nur seiner Symbole und Embleme beraubt wurde, die uns seine Unvergänglichkeit zu gewährleisten schienen, sondern auch seiner Einrichtungen, Sicherungen und Marken, die, sobald sie fortfallen, den armen und hilflosen Rumpf jeder Willkür preisgeben. Wir haben als Deutsche hinnehmen müssen, dass die Gründung des Reiches, dessen Veteranen noch unter uns leben, schon nach 50 Jahren, während deren wir das unbekümmerte Leben eines Volkes führten, dass den Sinn seines Daseins erfüllt zu haben glaubte, in den Grundlagen erschüttert wurde, auf die es kein Gründer gestellt hatte, und dass wir nunmehr wieder im brüchigen, schwankenden und Ungewissen dahin treiben. Aber die Geschichte geht weiter. Es steht nirgendwo, dass ein Volk mit den Formen seines Staates zugrunde gehen muss, wenn es als Nation leben will. Wir haben in unserer eigenen Geschichte immer wieder von vorne begonnen. Und die Frage ist nur, ob wir aus dieser allzu besonnenen Vergangenheit, die hinter uns versank, in die herangrauende Zukunft mehr als einer Erinnerung hinübernehmen, die uns nur zurückschauen lässt. Vielmehr ein Bewusstsein, das unverlierbar ist, dass wir gerade dem Reiche verdanken, wie es vor 1914 bestand, und dass wir nicht besäßen, wenn wir heute das Jahr 1869 und nicht das Jahr 1921 schrieben. Hier bleibt vor allem das Bewusstsein. Bismarck. Es bleibt die Tatsache, dass Bismarck überhaupt unter uns möglich war. Wir hören so oft, dass wir keine Politiker haben, dass wir ein Volk sein sollen, welches eigentümlich unbegabt für Politik ist, dass wir, wenn wir uns an das politische Heranwagen, von vornherein sicher sein können, in eine Unbegreiflichkeit nach der anderen zu stolpern. Bismarck ist der Gegenbeweis. Er ist nicht der Einzige. Neben ihm stand die vornehme Gestalt des Ersten Kaisers, dessen menschliche Weisheit eine staatsmännische Weisheit schon deshalb war, weil er sein königliches Verantwortlichkeitsgefühl auf den märkischen Willensmenschen einzustellen wusste, den er als Diener seines Hauses und Staates vorfand. Und vorangegangen war die lange Reihe von erfolgreichen Herrschern unter den Hohenzollern, die uns nach 1918 jene Aufforderung eingetragen haben, die in Wirklichkeit eine Anerkennung war, wir sollten doch endlich einsehen, wie sehr unsere Politik der letzten, nun nicht 50, sondern gleich 150 Jahre ein Irrtum gewesen sei. Vorangegangen waren ferner der Freiherr von Stein, Wilhelm von Humboldt und Friedrich Genz, und im Zeitalter Bismarcks noch Friedrich Liszt und Konstantin Franz. Aber erst Bismarck kam an das Ziel, dem sich seine Vorgänger auf mancherlei Wegen und Umwegen in Widersprüchen untereinander immer nur genährt hatten. Wenn an jener Behauptung, dass wir ein unpolitisches Volk sind, eine Wahrheit ist, dann kann sie höchstens in der Feststellung liegen, dass wir bedeutende Politiker immer nur in beträchtlichen Zeitabschnitten hervorbringen, dann aber die Größten. Bismarck war der Größte unter ihnen. Er war es, wenn der Maßstab von Größe in der Überwindung von Schwierigkeiten liegt. Er war der Politiker als Genie. Und er war, wenn wir an die spielende Sicherheit und selbstverständliche Überlegenheit denken, mit der er Menschen und Monarchen wie Napoleon III. behandelte, sogar der Diplomat als Genie. Das Bewusstsein, das Bismarck hinterließ, bedeutet für uns, dass es überhaupt möglich ist, dieses deutsche Volk, das schon infolge der geografischen Lage seines Landes in mannigfachen Richtungen auseinanderstrebt, in einer politischen Einheit zusammenzufassen. Wir haben uns während des Mittelalters in unserem Ersten Reiche die verhängnisvolle Kräftevergeudung einer gebellinisch-südlichen und einer welsisch-östlichen Politik geleistet. Wir haben dann den protestantisch-katholischen Gegensatz gehabt, den wir im westfälischen Frieden mit dem Verlust unserer mitteleuropäischen Machtstellung bezahlten. Wir haben später schwer an dem preußisch-österreichischen Wettbewerb um die Vormachtstellung in Deutschland gelitten, den noch Bismarck austragen musste. Sein Werk, sein zweites Reich, das er den Verhältnissen seines Jahrhunderts abrang, war noch nicht das Großdeutsche Reich, das alle Stämme und Landschaften vereinigt und das zu schaffen auch über Bismarck hinaus die Bestimmung der Nation blieb. Aber das Bismarck'sche Reich war eine Tatsache in der Welt, vor die er uns stellte, und von der wir auch heute noch ausgehen können, müssen und wollen, die Tatsache des gegründeten Reiches. Das Bismarck'sche Reich verband Süddeutschland und Norddeutschland und machte ein Ende mit den binnendeutschen Widersprüchen, die vor ihm ganz unversöhnbar erschienen. Es war die Keimzelle aller künftigen Bindungen, die von 100 Millionen Deutschen zunächst einmal 60 Millionen vereinigte. Und vielleicht sind wir jenem Dritten Reiche, das genauso wie Brandenburg zu Preußen und Preußen zu Deutschland führte, von Deutschland zu Großdeutschland führen muss, durch den Zusammenbruch des Zweiten Reiches näher gekommen, als wir vor dem waren, weil er die Bahn zu ihm erst frei machte. Aber immer bleibt das Bismarck'sche Reich, auch in den Schwächeformen, in denen es heute dahin lebt, der Ausgangspunkt, hinter den wir nicht zurückfallen dürfen, wenn wir nicht überhaupt unsere ganze Geschichte rückgängig machen wollen. Das Reich ist unverloren, wenn wir das Bewusstsein seiner Notwendigkeit fassen, wenn wir uns nicht überreden lassen, in diese letzten 50 Jahren einen »Irrtum« zu sehen, vielmehr daran festhalten, dass sie auch dann, wenn sie sich alle einen Durchgang zu künftigen Entwicklungen herausstellen, die Voraussetzungen jeder deutschen Entwicklung überhaupt sind. Das Reich hat die letzte Probe nicht bestanden. Wer den Zusammenbruch auf seine tieferen Gründe untersucht wird immer auf eine Unvorbereitung der Nation stoßen. Es fehlt nicht nur die politische Überlieferung, die auch Bismarck nicht hinterlassen hatte, und die jenem Vorwurf der, Zitat, »unpolitischen Nation«, Zitat Ende, insofern einen Schein von Recht gibt, als wir allerdings in beträchtlichen Zeitabständen bedeutende Politiker hervorbringen, als aber dann zwischen den einzelnen Gestalten keine Verbindung zu sein pflegt und die Politik ohne Schulung bleibt, die Nation ohne Erziehung ist. Es darf dies nicht verstanden werden, wie Karl Lamprecht es verstanden haben wollte, als er im Jahre vor dem Ausbruch des Krieges von der, Zitat, »Politisierung der Nation«, Zitat Ende, sprach, die erreicht werden müsse. Im Gegenteil, die Geschichte unseres Zusammenbruchs hat gezeigt, dass wir nur allzu politisiert waren. Was dagegen fehlte, war eine, Zitat, »Nationalisierung der Nation«, Zitat Ende, die erst die Vorbedingung jeder Politisierung ist. Wir hatten uns bei der Reichsgründung beruhigt. Wir nahmen sie als eine Selbstverständlichkeit hin. Das war unsere Schuld. Zwar wurden wir gewarnt. In der Geschichte der letzten 50 Jahre wird neben der mächtigen Gestalt Bismarcks immer das düstere Hauptnietches erscheinen. Aber wir hörten die Warnung nicht. Und doch hat das Zweite Reich die Erzieher zur Nation hervorgebracht, auf die es heute ankommt. Nicht nur Nietzsche selbst, den wir trotz der schweren Anklagen, die er nach 1871 gegen das deutsche Volk richtete, weil er mit den Gründerjahren eine geistige Verwahrlosung heraufziehen sah, sondern Paul de Lagarde und Julius Langbehn, den Rembrandt Deutschen, deren Wirkung heute erst einsetzte. Sie stellten Forderungen an die Nation, welche jetzt erst verstanden werden. Und niemals dürfen wir vergessen, dass bei allem Widerspruch gegen die Gegenwart und bei aller Vorwegnahme von Zukunft auch ihr Ausgangspunkt das gegründete Reich war, in dem sie lebten. Das Zweite Reich hat eine technische, industrialisierte und schließlich mechanisierte Nation aus uns gemacht. Es ist eine ungeheure Leistung mit dieser Wandlung verbunden gewesen, wenn wir uns auch mehr und mehr gewöhnen, sie unter den Begriff der zivilisatorischen, nicht der kulturellen Leistung zu bringen. Die Haltung und Widerstandskraft der Nation im Kriege hat gezeigt, dass sie nach wie vor einer großen menschlichen Leistungskraft fähig blieb. Aber unter dem kulturellen Gesichtspunkte waren mit dem Zweiten Reich doch so zweifelhafte Erscheinungen verbunden, dass sein Wert bei aller äußeren Macht unter die deutschen Zeitalter einer inneren Mächtigkeit herabsinkt, die wir früher unter sehr viel ungünstigeren politischen Verhältnissen durchlebt haben. Keine Romantik konnte darüber hinwegtäuschen. Der Wertmesser eines Zeitalters ist immer die Architektur. Aber schon die Gründerjahre brachten unseren Städten manchen Schaden, der nur schwer wieder gut gemacht werden kann. Das Reich hatte keinen Stil. Und die Entwicklung, die auf wirtschaftlicher Grundlage wieder zu künstlerischen Formen zu gelangen und einen neuen Ausdruck für dieses neue Deutschland des Verkehrs, der Unternehmung und des arbeitenden Reichtums zu finden suchte, wurde durch den Ausdruck des Krieges nicht minder unterbrochen. Das alles ist seit dem Kriege vorbei, und seit der Revolution ist es doppelt vorbei, für eine vorläufig nicht absehbare Zeit. Es bleibt das Reich. Es bleibt das Bewusstsein des Reiches. Es bleiben die Menschen eines noch immer jungen Volkes und einer großen Lebens- und Arbeitskraft, die sich jetzt unter ganz neuen Verhältnissen in ihrem Lande einrichten müssen. Der Friedensvertrag von Versailles hat ihnen alles genommen. Er hat ihnen nur das Reich nicht nehmen können. Und wenn nicht alle Zeichen trügen, dann wird es gerade der sogenannte Friedensvertrag sein, der mit seinen Härten, Unterdrückungen und Verfolgungen zwingt, diejenige Aufgabe zu lösen, die ihnen das Zweite Reich hinterließ, die Erziehung zur Nation. Das Zweite Reich wird einmal ein Mythos sein, der hinter uns liegt. Vielleicht kommt eine Zeit, in der nur noch die urtümlichen Formen von Bismarck-Türmen an das Unzerstörbare eines großen Menschenwerkes mahnen. Das Dritte Reich ist dagegen ein Mythos, der vor uns liegt. Aber bis wir seinen Boden befreien, bleibt das Zweite Reich unsere einzige Gewissheit. Das Dritte Reich ist dagegen ein Mythos, der vor uns liegt.